Einen wunderschönen guten Tag, nun und jetzt willkommen zu einer neuen Folge von One Piece Odyssey. Wir müssen endlich zu den Staubruinen gehen und machen wir. Hallöchen, Adio, mit dir müssen wir gehen, ne? Ich habe alles dabei, was wir suchen, genau, bla 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 bla, zu den Staubruinen. Jetzt muss ich alles wieder da hinlaufen, ne? Oder kann ich da hin schnell reisen? Eventuell? Äh, nee. Oh, aber ich kann in den King Kong Garten teleportieren, dort ist ja noch was für eine Nebenquest. Ähm, gut zu wissen. Hm? Ist das ein Knie? Hahaha, ich weiß nicht, aber das ist ein neues Ziel hinzugefügt. Gewinne 5, kämpfe in den Staubruinen, okay? Ja. Hier ist natürlich noch eine neue Quest, Aufzeichnungen 1. Bei einem Stonejack gesagt, dass die erste Tafel im King Kong Garten ist, genau. Aber ein anderes Mal, nicht heute. Nicht heute. Jetzt scannen wir. Ja, das... Ah, fuck, hier geht's ja gar nicht runter, stimmt. Kann ich... Runterspringen geht wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Schade. Kann ich, äh... Da habe ich schon geplündert, okay. Na dann. Runter mit dir. Bereit? Nein. Okay? Dann kommt der красk. Bekirchen, Kogani! Gehen wir! Wir sind raus! Ja, Kogani! Haha, gut, Kogani! Super, gut, gut, gut! Geh, bebe ich jetzt! Ich bin ja, meine Güven! Bist du! Was war das? Oh nein, was war das? Oh nein, wir sind alle. 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 Die Barrieren-Tür. Danke, Krebsfreund. Ist hier irgendwo noch was versteckt? Guck mal da hinten. Was ist das da? Da müssen wir mit Chopper hingehen. Machen wir. Na komm, mein kleiner Freund. Aha, was haben wir denn hier? Tagebuch des umherziehenden Clans. Nummer 2 von 13. Juda, lass uns kämpfen. Du hast auch gleich all deine Freunde mitgebracht. Super. Okay, ähm... Robin, dann direkt mal weg. Okay, äh... Luffy, mach mal... Jet Whip. Genau, gehen wir mal zu... Chopper. Gut, helfen müssen wir ihm nicht mehr. Sehr gut. Angriff steigt. Ähm... Gut, dann bist du dran. Premier... Asch. Aschee. Beide kaputt. Das ist das Wichtigste. Äh... Zorro. Ja, für eine Schwäche war das echt viel Damage. 208 Damage. Sag mal, geht's noch? Oh, Adio. Ist ja auch noch da. Stimmt. Der erledigt dann... Uieieiei. Das ist ja mal ein Erfahrungsbonus, ha? Krieg ich wenigstens ein cooles Item? Eine Kugelzwiebel. Aha. Gut, wir haben ja da diese Aufzeichnung erhalten. Und das ist ja... Das ist ja auch was. Dann kann ich wieder zu Luffy wechseln. Mich hier natürlich noch ein bisschen umgucken. Kämpfen wir hier noch. Ja, ja, ja. Ähm, so. Zack. 2000 Damage mit einem normalen Schlag, ey. Also, Luffy haben mal gut gepusht, ha? Du kannst noch mal... Ich will wirklich ein Premier Hush machen. Das finde ich auch was anderes. Party Table Kick Gois. Reicht ja auch. Muss ja nicht die ganzen SP verbrauchen, ne? Ach, guck mal. Du machst ja auch viel Damage hier, ha? Dann mach mal, äh... Ja, eine normale Pulverkugel. Da stand grad noch Widerstand, na? Ja, wir erledigen das Ding mal. Radio kann auf den Neuen gehen. Guter Damage. Respekt, mein Freund. Okay. Cool. Weiter geht's. Äh, oh ne. Das ist keine... Eine normale Kiste. Dachte, das ist eine Eisenkiste. Da war's versteckt. Na, oh. Ja, hier ist was versteckt. Falscher Dornenpilz. Ist also nichts, ne? Ah. Ja, hallo. Willkommen, willkommen. Ja, danke. Was hast du denn so? LP plus 2100. Exklusive Yoisa Handelsbehörde-Krone. Und hier noch ne Schleife mit LP plus... Alter. 1,17 Millionen. Ja, kaufen wir beides. Let's go. Ähm. Tempowiderstand, Kraftwiderstand. Das brauch ich nicht. Okay. Eieieiei, du. Sag ich mal her, das Ding, du. Äh, wo haben wir's? Hier. Fucking hell. 2100 LP. Da kann ich hier Tashigis Kraft wegmachen, na? Das ist der blaue. Ähm. So. So. Ersetzen. Sehr gerne. Und dann habe ich noch... Igarams Schleife. Gibt nochmal LP plus. Ähm. Sag ich mal her. Bei Robin. Angriff. Verteidigung. Verteidigung. LP. Angriff. Angriff. LP. Mum. Hm. Bei Sanji. LP. Ja. Angriff. Verteidigung. Technikwiderstand. Verteidigung. Dann machen wir bei Sanji auch die grüne Kugel weg. Das ist ja dann auch ein Upgrade. Ja. 130 LP mehr. Sehr gut. Done. Ah fuck. Lass mal gucken. Jetzt habe ich natürlich, ähm. Kraft der Barock Pandas. Jetzt natürlich noch frei. 382 LP. Okay. Sag ich mal. Was hat Usopp ausgerüstet? Verteidigung und LP. Verteidigung. LP. Angriff. Angriff. Hm. Nami. LP. LP. Mum. Verteidigung. Bei Nami könnten wir den einen Ring da weg machen, na? So. Da hat sie ordentlich mehr HP. LP. Entschuldigung. Wait a minute. Hä? Ah. Tashigis Kraft hat sich ausgerüstet. Lul. Äh. Okay. Bei Zorro lassen wir mal die Sachen, ähm. Weil da ist alles gut kombiniert. Und du kriegst jetzt aber die Kraft der Barock Pandas, damit du auch was episches. Trainer hast, lieber Robin. So. Ah, guck mal. Das ist was für Zorro. Okay. Super vital ab. Das finde ich super. Und dann gehen wir jetzt mal rein, da in die gute Stube. Das war mal eine ordentliche Einkaufstour, ha? Staubruinen, eingestürzter Korridor. Warte mal noch. Ich hab da, glaub ich, noch was gesehen. Was ich Angi noch angucken wollte. Genau, das da oben. Guck mal, da oben ist ja auch ein Würfel. Äh, ja, ja. Ähm. Sehr gut. Okay. Für Zorro. Ja, cool. Dann gehen wir mal zur Crew. Hier. Sanzen, Sekai können wir hier noch pushen. Okay. Ah, da hat's auch das ein oder andere Item, ha? Du kannst dich mal in Ruhe lassen, da. Keine Lust. Oh. Zu kämpfen. Sehr gut. Gut gemacht. Kann ich vielleicht von hier aus hochgehen? Äh. Nee. Doch. Warte mal. Hä? Wait a minute. Kann mich gar nicht festhalten, da. Scheiße, ey. Mach ich das denn? Kid in me? Ach, egal. Ich hab das Würfelfragment bekommen. Und das ist ja schon mal gut. Jetzt gehen wir weiter. Weiter, immer weiter. Erkunde die Staubruinen. Let's go. Hier noch was zum Mitnehmen. Risskraut. Rüber. Da geht's hoch. Und hier. Geht's runter. runter. Okay, das ist nicht der offizielle Weg. Das heißt, wir nehmen den hier zuerst. Ha. Weil, da ist doch irgendwas versteckt. Sonst könnte man da nicht durchgehen. Okay. Eine Oga-Zwiebel. Jetzt sind es vier Stück davon. Und eine Robbe. Was ist das denn für eine? Was ist das denn für eine? Wrestling-Robbe. Okay. Uh, da ist noch so ein Käfer. Okay. Hey. Kannst du deinen Jetwhip woanders hin machen? Genau. Schöner Damage. Ich glaube, ich hätte einfach mit Zoro angreifen können. Genau, dann wären die erledigt gewesen. Naja. Dazu, Maki. Ähm, äh, jetzt haben wir noch Usopp. Äh, machen wir eine... Ne, Pulverkugel ist nicht gut. Golden Parallel ist Widerstand. Dann machen wir einen normalen Schaden. 818 Damage. Ist doch super. Haben wir noch... Oh, Adio, der erhalte mich einfach. Okay. Ähm. Soro. Soro. Ei. Ordentlicher Damage. Und Usopp erledigt den Rest. Perfekt. Oh, perfekter. Guter Bonus-EP. Level 27 für Robin. Finde ich klasse. Und als Belohnung gibt es ein Brokko... Brokko Durian. The fuck is this? Material. Egal. Ein Durian vom Kopf des Durian-Krokodils. Unvergesslich stinkig. Aha. Wir gehen mal noch hier. Was ist das? Eine Staubtafel. Ähm. Warum auch immer ich das Ding brauche. Ein grüner Würfel hier. 25.000 Cherry. Okay. Das kann Usopp noch runterhauen. Und Geleestein. Nein, nicht Soro. Luffy, bitte. Danke. Kann ich hier runterspringen? Natürlich nicht. Ähm. Aber hier. Okay. Runter. Und nochmal runter. Ne, warte. Ah. Warte mal. Wir haben ein Würfelfragment für Luffy bekommen. Zehn Stück hat der Bursche schon, ey. Dann muss ich wieder die Pistole upgraden, ha? Nummer 10.000 Berry. Sehr schön. Alrighty. Was ist das hier? What is this? Wir sollten das untersuchen, bevor wir drauf... Ne, aber draufdrücken. Hab schon draufgedrückt. Dann kümmern wir uns drum, wenn es der Falle ist. Aber es passiert nichts. Ja. Luffy. Das war jetzt vielleicht nicht die allerglückste Idee. Kann ich da nochmal draufdrücken? Passiert nichts. Ja, ja, ja. Ich kann noch so viel mal draufdrücken, wie ich will, ha? Da geht nix. Was ist das? Was ist das? Oh. Ist das? Da geht nix. Dann bin ich... Ich kann noch... Ich kann noch nicht... Nyaaaah! Hü-Hü-Hü-Hü! Hü-Hu-Hü... Däme da. Schickkeli hat es vielleicht. Und sich in die Idee, da gibt es etwas kummen, was Sie unter Druck aufhalten. Schau dir was in den Hübыми an. Ähm, nützt mir da diese Staubtafel etwas, die ich vorhin gefunden habe? Okay, nee. Wir brauchen etwas, das so wie ein Edelstein aussieht, ha? Sonst ist hier hinten nichts versteckt. Okay. Dann gehen wir mal hier durch. Ja, ja. Ja, die gehen einfach auf sie mit Gebrüll. Das ist Luffis Devise. Das ist ein Schmied. Das ist ein Schmied. Was ist das Schmied? Was ist das Schmied? Da ist es, dass die Schmiede aus der Schmiede die Schmiede ist. Das Schmiede ist, was ist das Schmied? Das ist ein Schuss, oder? Ha, ha. Ich werde es jetzt öffnen können. Ja, irgendwie werden wir das Ding ja schon öffnen können. Gucken wir auch morgen, wie das da so funktioniert. Für heute ist erstmal Schluss. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.